Es ist jeden Tag das gleiche. Wir hoffen im deutschen Aktienindex auf ein Ende der aktuellen Konsolidierungsphase, auf ein wenig mehr Dynamik, vor allen Dingen auch mal auf gute Ausbruchssignale, denn davon haben wir in den letzten Tagen und Wochen ja relativ wenig gesehen. Zwar gab es genug Ausbrüche, aber die endeten die meisten zumindest als Fehlsignal und ja, ist das Ganze heute anders? Sehen wir vielleicht heute den Start eines neuen Abwärtstrends? Immerhin liegt der DAX ja auch spürbar im Minus. Das sind so Fragen, denen gehen wir gleich wie immer im heutigen DAX am Mittag nach. Wie immer freue ich mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid, wenn sich gleich alles um den deutschen Aktienindex dreht und auch wie immer ist das Ganze hier keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und nur meine Meinung, also Risikohinweis immer beachten. Ja, was soll man sagen? Der DAX ist momentan, er ist nicht dramatisch im Minus, wir haben momentan einen Verlust von 0,91%, aber man muss es schon ganz klar sagen, naja, es ist mal wieder dieses Tauziehen, wir durchwandern wieder die Reden der letzten Tage und Wochen. Ihr seht es hier auch im Hintergrund, wir laufen da wieder in Richtung der unteren Supportzone, haben die auch erreicht und da ist natürlich wieder einmal die Hoffnung, gerade von prozyklisch orientierten Anlegern, Trainern und so weiter, dass wir vielleicht mal einen entsprechenden Trendmove sehen, dass wir einen Ausbruch sehen, der auch mal funktioniert. Und das dann zum Beispiel, gerade wenn es jetzt auf der Bärenseite der erfolgt, dass dann vielleicht auch mal neue Tiefs im Grunde zu sehen sind, neue Korrekturtiefs. Von daher schauen wir mal auf das große Bild, beziehungsweise auf das Bild allgemein. Wie sieht es da aus? Gestern das Tauziehen, gestern schon das Debakel erneut im Widerstandsbereich hier um 18.360 Punkte herum gescheitert. Am Nachmittag auch nochmal, hat sich dann auch bewahrheitet, habe ich ja im Mittagsausblick auch gesagt, unten Long, oben Short und da muss man einfach mal gucken, wo kommt der Markt durch? Gestern ist er gar nicht durchgekommen, wir haben erst unten Long gesehen hier in diesem Bereich, dann oben den Widerstandsbereich auch mit einer Top-Bildung vollzogen, sind dann aber in der Range von gestern quasi im 18.300er Bereich aus dem Handel gegangen. Der Impuls jetzt aus diesem Scheitern heraus, aus der vollständigen Top-Bildung um 18.365 Punkte, der ist ja erst heute früh erfolgt, beziehungsweise heute Nacht. Der DAX hat ja vor Börse schon im Minus eröffnet, ist dann weiter abgeraucht und ist dann mehr oder minder jetzt in der Unterstützungszone ab 18.120 Punkten angekommen. Und ja, das ist im Grunde der momentan beginnende Support-Bereich. Ihr seht es hier, hier in dem Bereich haben wir zuletzt sehr, sehr häufig gehandelt, sehr, sehr häufig im Grunde unstabilisiert. Und man muss es auch ganz klar sagen, und das ist nicht ganz unwichtig zu verstehen, die jüngsten Tiefs, die wir in diesem Zusammenhang gesehen haben, sind immer tiefer erfolgt. Das heißt, wenn wir jetzt hier in dem Bereich stehen bleiben sollten und dann auch deutlich nach oben abprallen sollten, wäre das, ja ich sag mal in Anführungszeichen, ein etwas bulligeres Signal, weil zuletzt haben wir immer unten getestet, oben getestet, unten getestet, oben getestet, unten getestet und unten immer neue Tiefs gemacht und oben das gleiche Spiel. Wenn da jetzt im Grunde von hier aus der Markt auf ein neues Hoch steigen würde, wäre es etwas bulliger als die letzten Tage. Nur, da muss man erstmal sagen, da muss der Markt erstmal hinkommen. Denn momentan sieht einiges danach aus, als wenn es eher nicht in Richtung Norden geht. Da passt einiges zusammen, könnt ihr gerne auch auf meinem geilen StockSuite Terminal Desktop nachlesen. Hab heute ja wieder den Markt live begleitet. Übrigens, kleiner Tipp am Rande, ich glaube ich mach das immer so, wenn ihr unseren Kanal abonniert, bekommt ihr ja immer Meldungen, wenn wir ein entsprechendes Video online stellen. Den DAX am Mittag, das ist ja ein relativ festes Termin. Morgens gibt es dann aber von meiner Seite auch das Short-Video hier auf YouTube, wo ich dann in einer Minute quasi in so einer kleinen Slide-Präsentation den Tagesausblick mache. Also kurz und bündig und kompakt und ich schreibe es da potenziell vielleicht auch mit rein in die Präsentation, ob ich heute Live-Trading auf meinem Desktop mache oder nicht. Könnt ihr dann kostenlos vorbeischauen, könnt ihr einfach mit zugucken. Und schaut einfach heute auch mal nach. Ich habe das heute relativ gut begleiten können. Und da steht auch, was wäre wenn. Und was wäre wenn, bezieht sich auf die Frage, wann sehen wir hier einen Impuls. Und momentan passt da einiges in Richtung Süden. Warum? Sentiment zum Beispiel im DAX ist bärisch. Wir haben bis dato kaum Erholungen gesehen, obwohl wir uns eigentlich hätten erholen sollen müssen. Ich habe eine Anfangswahrscheinlichkeit heute früh gehabt von nur 20%, dass der Markt so weit nach unten fällt. Falls sich jemand fragt, was ist der Background dazu, ganz einfach die vergangene Historie. Ich habe ähnliche Situationen mir angeschaut, geguckt, wie dynamisch fällt der Markt nach solchen Entwicklungen weiter nach unten. Und das passiert halt nicht sehr häufig. Und das sind so alles Indizien dafür, dass sich im Marktumfeld etwas verändert hat. Dass es vielleicht etwas bärischer geworden ist. Jetzt muss man natürlich fragen, das ist auf alle Fälle, beziehungsweise muss man dazu sagen, das ist auf alle Fälle jetzt schon zu sehen. Das ist da, das ist vorhanden. Der noch unbekannte Faktor ist natürlich aber, wie viel haben die Bullen jetzt gerade im Bereich um 18.120 Punkte, 18.055 Punkte. Wie viel haben sie da gegenzusetzen? Denn es reicht ja nicht aus für einen Abwärtstrend, dass die Bären da sind. Sondern die Bären müssen ja auch die Bullen überlaufen. Entweder weil die Bullen nicht da sind oder weil die Bären in der Summe dann doch stärker sind. Und diese zweite Sache, die ist noch unbekannt, aber da gibt es jetzt den nächsten Aufschluss in den nächsten Stunden. Denn wir werden halt sehen, wie der Markt hier unten sich stabilisiert. Ihr seht es, in den letzten Malen sind wir runtergefallen und sobald die erste grüne Kerze kam, ging es auch weiter nach oben. Und wir sind hier im Stundenchart unterwegs. Das heißt, könnt ihr im Grunde ausmachen. Ich gehe von einem ähnlichen Szenario aus, man fällt in den Bereich rein, kommt vielleicht sogar eine grüne Kerze. Aber wenn die dann im Grunde abverkauft wird, dann sind das die nächsten Anhaltspunkte. Und dann hat der Markt hier die Möglichkeit, nach unten auf 17.950 Punkte zu fallen. Oder aber wir sehen die Alternative. Und die Alternative ist, dass wir genau das gleiche Spiel sehen im aktuellen Preisbereich. Beziehungsweise bis hin zu diesen neuen Tiefs. Und ja, pushen von hier wieder in Richtung Norden. Und halten die Range der letzten Woche dann auf beiden Seiten. Das ist momentan das, was zur Disposition steht und was wir momentan im Grunde analytisch festhalten können. Kommen wir ein bisschen zum Trading. Da wird es nämlich tatsächlich schwierig. Normalerweise sagt man im Support-Bereich Long. Und wer die Range favorisiert der letzten knapp zwei Wochen, der geht da auch Long. Wartet vielleicht auf eine kleine Bodenbildung im 5-Minuten-Chart oder so und nutzt das dann. Auf der anderen Seite habe ich ja angeführt, dass wir momentan schon wieder ein paar Risikofaktoren haben, die eigentlich zur Vorsicht mahnen. Ein weiterer Risikofaktor, der zur Vorsicht mahnt, ist einfach die fortgeschrittene Zeit. Das heißt, so eine Range hält sich auch nicht ewig. Es kommt da auf alle Fälle auch mal zumindest zu größeren Versuchen. Und je weiter die Range schon fortgeschritten ist, desto wahrscheinlicher wird das Ganze auch. Und deswegen würde ich mittlerweile ein wenig Abstand von diesem unten Long-Oben-Short-Szenario gehen. Sondern würde da etwas vorsichtiger werden und würde ganz genau hinschauen. Und damit bin ich im Grunde beim Kehren der Sache. Die Pfeile seht ihr, die Prognosen, die Analyse, wenn ihr so wollt, seht ihr. Jetzt gilt es, das Ganze tradingtechnisch umzusetzen. Ich präferiere weder Long noch Short, sondern hier mache ich es mir sehr, sehr einfach. Ich schaue einfach auf das Marktumfeld. Kommt eine kleine Bodenbildung, kann man Long gehen. Wenn diese Bodenbildung versagt, wenn sie nicht kommt oder nur Erholungen kommen und dann kommt der Markt wieder unter Druck, kann man das für Short-Positionen nutzen. Ist für mich also weiterhin ein absoluter Trading-Markt, also wo man wirklich aktiv dabei sein muss und wirklich aktiv das Ganze beobachten muss. Vor allen Dingen, wenn man auf einen Trend setzt. Ansonsten, der typische Rhenge-Trader, der macht natürlich so lange weiter, bis die Range wirklich offensichtlich beendet ist und geht unten Long. Das meine ich aber für den reinen Trend-Trader, der jetzt versucht, einen neuen Impuls zu erhaschen. Da muss man wirklich warten. Denkt auch daran, ich habe das schon letzte Woche gesagt, wir brauchen im Grunde auch außerhalb der Range idealerweise Ausbrüche, Pullbacks und dann entweder nach unten neue Tiefs oder neue Hochs. Auch das sind nochmal analytische Hinweise dafür, dass die Range beendet ist. Alles dazwischen, in meinen Augen weiterhin das gleiche Spiel. Im Zweifelsfall Finger weg vom Markt, bevor man zu viel riskiert. Die guten Trends kommen halt auch wieder und dann kann man sie natürlich auch nutzen, denn da gibt es immer wieder auch Chancen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Von daher habe ich im Grunde auch gar nicht so viel zum deutschen Aktienindex zu sagen. Es hat sich jetzt von der grundlegenden Thematik im DAX nicht wirklich was verändert. Wir sind immer noch in der Range, aber es gibt so ein paar zunehmende Minuszeichen, nachdem wir gestern ja ein paar Pluszeichen gesehen haben. Das heißt, jetzt sind die Bullen in der Pflicht. Sie müssen gegen wir halten. Wenn die ausbleibt, haben wir a einen analytisch weiteren Grund, um zu shorten und b kann man das Ganze dann natürlich auch umsetzen. Bei euren Trends wünsche ich euch auf alle Fälle gutes Gelingen. Drücke euch die Daumen, wünsche euch da ein paar gute Trades, ein paar erfolgreiche Trades. Wir hören uns auf alle Fälle morgen wieder um 13 Uhr mit dem DAX am Mittag. Bis dahin, ciao, ciao und gute Trades.